Ave Maria, gratia plena, Dominus Deco. Venedicta tu in mulieri possed, benedictus fructus ventris tui. Es war eine düstere Zeit, prägt von religiösem Fanatismus und Gewalt. Höchste Zeit für eine Reformation der Kirche und der Gesellschaft. Christ, sie, heisst nicht von Christus schwatzen, sondern ein Leben zu führen, wie Christus geführt hat. Meine Zeit.